Hallo, jetzt kannst du uns in Part 4 genießen, wir sind jetzt in Champions Field Von der Gruppe hier rausgegangen Und jetzt Champions Field Noch mal Champions Field am Tag ist Du hast 3 Ballonen, um mir das erste Ding zu kaufen Du hast mich mal als ganz gefliegt im Tor Aber nein Warum denn auch? Nein Du hast mich mal als ganz gefliegt im Tor Das ging mir ein bisschen zu schnell Das ging mir ein bisschen zu schnell Dasig ist ein komischer Zeug Das sind gute Partys, die da hinten waren. Nein, 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 nein. Ah, so knapp. Was mache ich denn für die Scheiße? Da habe ich mich nicht verdrückt. Ich habe mich nicht verdrückt, aber ich habe mich nicht verdrückt. Shit. Man, das ist doch ein Scheiß. Drecksspiel. Drecksspiel. Jawohl, endlich. 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 Das werden wir wahrscheinlich verlieren. Ja, das ist mal. Schade. Schade. Das war jetzt ein reines Glück. Reines Glück war das jetzt wieder. das werden wir schaffen das werden wir schaffen aber zumindest zumindest haben wir ein paar pünktchen gemacht ein paar pünktchen haben wir noch gemacht zumindest ja immerhin das warum da fliegt ein zeppelin weil der flocke liegt durch geil das war nicht aufgefallen schat level up so raus ich kann alles wieder verändern oder ja, ip verdienen egal was ok dann wo ist denn hier? wo ist denn hier? wo ist denn hier? was ist denn geil? was ist denn geil? das glänzt ok ja dann kann man seinen ersten Ballon hier grunde 1 zumindest das glänzt das glänzt das fällt mir aufkleber ne gefällt mir nicht wie weiter und das ist das das ich 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 Die Ecke gehört mir doch nicht so. Das sieht so hässlich aus. Einfach nur hässlich. Uh. Hallo. Hallo. Oh. 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 Vielen Dank.